Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Sims 4. Letzte Woche gab es einen Trailer zum neuen Erweiterungspack The Sims 4 zu vermieten. Es geht darum, dass man jetzt ein Vermieter sein kann anscheinend und ein Mieter. Man kann jetzt Mietewohnungen bauen und die Welt ist inspiriert von Südostasien. Da gibt es auch südostasiatische Gerichte und so weiter. Und jetzt frage ich mich natürlich als privater Konsument von The Sims 4, warum müssen die so viele Themen in tausend Milliarden Packs splitten? Also ich meine, man kann ja schon zur Miete wohnen bei The Sims 4 mit dem Großstadtleben Pack. Man kann halt nur in dem Raum, den man gemietet hat sozusagen, in dieser Wohnung umbauen und so. Und jetzt kann man eigene Mietwohnungen bauen und überall in jeder Nachbarschaft. Und ja, da frage ich mich, why? Also die Sims 4 liebt es, alles zu splitten. Das sieht man ja bei Hunde und Katzen. Dann haben sie ein Accessoire-Pack für mein erstes kleines Haustier oder sowas. Accessoire-Pack reingepackt, das du dafür brauchst du auch, um das zu 100% genießen zu können, wenn man das so nennen möchte, Hunde und Katzen, weil es gibt Kleidung für Hunde und Katzen, die man ja nicht im Basisspiel hat, sondern in einem 40 Euro Erweiterungspack. Warum hat es da nicht reingepasst, die kleinen Tiere da, Hamster und Igel und so weiter, da reinzupacken? Und jetzt gab es ja auch die Sims 4 Pferde Ranch, also kann man ja Pferde bekommen. Das habe ich bis jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich es... Also ich habe es nicht vor, zu kaufen in nächster Zeit. Vielleicht eines Tages das. Die Sims 4 zu vermieten schon. Damit kann man schon ein bisschen mehr machen. Aber versteht ihr, was ich meine? Ich meine, Großstadtleben kann man zur Mieter wohnen. Jetzt mit die Sims 4 zu vermieten auch nochmal. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das anders sein wird als Großstadtleben, bis auf, dass man eigene Wohnkomplexe bauen kann. Man weiß doch nicht, wie viele können in einer Mieterwohnung wohnen und so weiter. Wie wird es sein und so weiter. Und wie funktioniert das mit dem, als Vermieter zu sein? Und was gibt es im kostenlosen Update, das wir alle bekommen, auch wenn wir das Pack nicht haben, bekommen wir wieder Einbrecher. Naja, auch Samuel ist darüber traurig, was hier los ist. Aber eher, weil er schmutzig ist, wahrscheinlich hungrig und sein Papi aufwecken muss, damit er ihm endlich was zu essen gibt. Die Mami ist ja ein... Arbeiten und ja, jetzt wollen wir weiterspielen. Wir haben ja schließlich... Letzte Woche musstet ihr... Habt ihr nur drei Folgen gehabt, von Montag bis Mittwoch. Diese Woche versuch ich es anders. Ja, wenn man sehr wenig schläft und sehr müde ist, dann ist man nicht so... Fähig, Folgen aufzunehmen. Ja, so jetzt gehen wir mal wieder hier rein. Also wir haben ja das neue Haus hier in Sans Coer. Das ist ja das, was es in Sans Coer gibt. Also wenn man das Zusammenwachsen-Pack hat. Und genau. Und da ist der Garten und so weiter. So, wir sind da Arbeit. Vielleicht fleißig arbeiten, damit sie auch befördert wird. Dann wird sie Blattbeschneiderin. Philipp muss sich auch ein bisschen für seine Arbeit vorbereiten. Er muss ein bisschen Charismafähigkeit erhöhen. Dramatische Szenen üben und kokettes Gefühl erforschen. Natürlich muss er was dafür tun, damit er ein bisschen berühmter wird. Was jetzt nicht unbedingt sein Hauptziel ist, er ist wieder unbekannt. Und so schnell kann man aus dem Rampellicht verschwinden. Genau, jetzt muss... Oh je. Er braucht Spaß. Er hat Hunger. Er muss aufs Klo. Er stinkt. Ja, da muss man den Papi wecken. Ich war aufwecken. Papa, Papa, ich bin mutig. Ah genau, und das gibt es ja auch noch. So, okay. So, ich habe einmal eins versehentlich, als ich ein bisschen weitergespielt habe, weggedrückt. Das habe ich nicht richtig gelesen. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. So. Du und dein Telefon. Das Telefon öffnen. An der Pizza bestellen. Ein Foto mit deinem Telefon machen. Ja, das können wir auch mal auf jeden Fall machen. Du und dein Telefon. Du hast den Du und dein Telefon Entdeckungsquest gestartet. Also, im Rahmen dieses Entdeckungsquests erfährst du mehr über das Telefonmenü und seine verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. Das Handy ist ein äußerst praktisches Gerät mit vielen Funktionen, die deinen Sims helfen, ihr Leben zu managen, mit anderen Sims in Verbindung zu bleiben und Unterhaltung zu finden. Du kannst mit dem Handy-Button, das heißt, ich habe da Harry gelesen, aber okay, unter dem Porträt deiner Sims darauf zugreifen. Das Handy verfügt über mehrere Apps, Unterhaltung, Haushalt, Reisen, Business, Sozial- und Kamerautos. Das sind acht Seiten, das lese ich nicht alles vor. Das könnt ihr euch selber lesen, ihr wisst ja, wo ihr das findet. So, dann also. Der kleine Pupsi möchte gebadet werden. Dann möchte er das seinem Papi mitteilen. Oh, das ist ja süß. Gebadet werden von Philipp. Papa, ich bin schmutzig. Was, du schmutzig? Ja, mach ich mir baden. Oh, natürlich, dann bade ich dich. Hab ich die Alterung angelassen? Ja. Ja, auch keinen anderen Haushalt bis jetzt gespielt. Ähm. Kann man das irgendwie ausstellen? Und das Lustige ist, da gab es diese Lache von The Sims 3. Also, das ist ein bisschen nervig. Der Simiter Gavin hört nicht auf, in die besten Szenen zu quatschen. Soll er ihn mit einer Pst zu holen mahnen oder versuchen, dieses Gequatsche zu ignorieren? Mit Pst ermahnen? Gavin dreht sich um und sucht Augenkontakt, bevor er einen Pst auslöst. Äh, ausstößt. Zu seinem Schrecken reden die beiden einfach weiter und starren ihn nur an. Jetzt ist die Situation unangenehmer und der Film noch weniger ein Genuss. Film ist weniger gemütlich. Vergnüglich. Tja, Pech für dich. Ja. Okay, du und dein Telefon. Das haben wir ja eigentlich schon, aber gut. Achso. Ja, bist du süß? Ja. Und bald hat er... Bald hat er Level 10 der Erziehungsfähigkeit. Er hat das schon... 1, 2, 3, 4, 5 Fähigkeiten auf Level 10. Und Zoe irgendwie nur eine, glaube ich. Ja, Planschi, Planschi. Ja, ja, das machst du sehr gut, mein Schatz. Jetzt kommst du raus. Du bist doch ganz sauber. Ja, Papa. So, jetzt gehst du wieder zu deinem... Zimmer, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben, werde ich dann hier einen Weg bauen. Das sieht zwar auch schön aus und so, aber das ist irgendwie... Naja. Der andere stinkt auch. So, dann gehst du erstmal hier hin und machst Kacki. Dann kriegst du was zu füttern. Wieso? Ja, wahrscheinlich, das geht auch bei dir in der Arbeit. So, du hast Hunger, dann gehst du mal was zu essen, ne? Was sind die Reste nehmen? Wie lange hast du es eigentlich noch? Müssen wir auch ein bisschen um dich kümmern, damit du ein bisschen mehr als deine Brüder kannst. Das ist auch am Stinky, Stinky. Dann sind wir noch genug... Ups, Salat. Ah, das war der letzte Ups, Salat. Cool, cool, cool. Num, 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 num. So. Nee, 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 nee. Süß. Also er schon hat das Gen perfektioniert, er hat ein kleines Bäuchlein. So, dann hier... So ein bisschen das Essen aussortieren. Oh je, oh je. Und aufmerksamkeit. Erster Albtraum. Das Leben ist kein Ponyhof. Selbst dann nicht, wenn Luca schläft. Was für ein gruseliges Zeug. So, so. Und dann gehst du schnell Pipi machen. Oder Kacki machen. Irgendwie räumen die nicht den Teller weg. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber gut. Kannst du ja nach deinem Söhnchen schauen. Was musst du noch lernen? Denken. Sonst kann alles. Schaut es bei dir aus. Denken und Bewegung. Aber dafür ist er weiter als sein Bruder. Oh. Ich will spielen. Oh, schau, du stinkst. Du musst gebadet werden. Papa, ich stinker. Ja, du stinkst. So, lass dich mal hier baden. Komm, Luca. Jetzt gehst du erst mal baden. Ja, ich bin baden. Ich stinker. Ja, ist das schon gut. Ich geh, ich bade dich jetzt. Philipp? Okay. Das war der Versuch. Papa. Interessiert halt niemanden. Also wenn das wirklich so ist, werde ich glaube ich umziehen, weil das ist ja schon dezentnervig. Weil es ja sehr häufig kommt und um 12.20 Uhr ist niemand im Kino. Oh, ich habe den Dings noch gar nicht angemacht. Nein, egal. Oh, du musst ja auch gebadet werden, du kleiner Stinky-Pups. Ja, planche, 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 planche. Die gleiche Animation wie bei deinem Zwillingsbruder. Ja, planche, planche. Und er bekommt aufmerksam. Ah, Spanion. Please, please, please. I think you are dressed. Und der hat Hunger, der kleine Pupsi. Boah, ist das quadratisch? Was ist denn mit dir? Ach, bin ich genug Training. So, der Lada, würde ich sagen, dann wirst du hier mal deinem... Wenn der schon da ist, geben wir ihm einfach ein Erdnussbuttergelee-Sandwich. Es ist echt schade, dass sie den Kleinkindern nicht mehr zu essen gegeben haben. Du hättest ihn auch mitnehmen können. Du hörst auch auf. Dann teleportiere ich dich dahin. Dieses Spiel ist auch manchmal... Ich hätte es jetzt toll gefunden, wenn er nochmal hochgegangen wäre. Und du sagst auch, du bist so was zu essen. Bin ich mal gespannt, was es eben gibt. Schaut es mit dir aus? Na, du bist noch... Er kann ja ausschlafen. Die Nacht durchgeschlafen. Achso, nee, das ist mein Stein gewesen. So, und hier rein mit dir. Das war ja sehr intelligent. Er kommt da nicht vorbei, deshalb muss er so rumgehen. So, dein Lästchen ist raus. Bei manchen Sachen denke ich mir nur so... Dumm. Hä, dumm. Jetzt komm mal raus, Schatz. Ja, Papa. Wann wärst du zum Kind? Zwölf Tagen. Naja, schon mal mal. Oh, jetzt ist er auch wach. Ich muss kurz niesen. Oh. So. Jigi. Uh, Zoe wurde befördert. Zoe wurde befördert und ist jetzt Blattbeschneiderin. Sie verdient jetzt zwei Siebenmonats mehr pro Stunde, was eine Stunde von insgesamt 25 Siebenmonats pro Stunde ergibt. Sehr unrealistisch, aber egal. Sie verdient... Also, sie hat zudem einen Defektion bonus erhalten für 500 Siebenmonats. Blumen und Früchte. Pharmatraum. Basenspringler 2001. Wandschmuck. Bester Mutti der Welt. Warum auch immer man das bekommt. Na, egal. So. Je, je, je. Was hat die denn jetzt an? Na gut. Die Sims 4. So. Du gehst jetzt ein schönes Schlammbad. Nee, du könntest ja ein Bad mit Zusatz nehmen. Mh, mach mal mal Milch und Honig, Hafer, Mehl, Bad. Das sollte ich vielleicht auch öfters nutzen. So. Du holst jetzt noch deinen anderen Sohn aus dem Dingsbums raus. Dann würde ich... Dann würde ich... Oder regnet's noch? Nö. Dann würde ich es wieder riskieren, die Selbstständigkeit anzumachen. Dann können sich die beiden Zwillinge machen, was sie wollen. So ungefähr. So, jetzt lasse ich dich auch raus. Ja, Papa, raus. Ja. Muss ich noch aufräumen. Also ich weiß nicht, ob ich die Küche so lasse, ob die neue Möbel bekommen. Auf jeden Fall bekommen sie noch eine Spielmaschine. Die müssen noch ein bisschen sparen. Und zwar haben sie jetzt ein bisschen Geld, aber naja. Oje, oje. Oh, Hilfe. Oh, hallo, Schatz. Oh, hallo. Ich brauche jetzt erst mal ein Bad. Okay. So, dann wollen wir mal Essen geben an. So. Ich würde mir helfen, Essen zu probieren. So, zerdrückte Avocado hat er noch nicht probiert. Dann wollen wir ihm das mal geben. Das ist deine Frau, du darfst den nackt sehen. Und ihr wollt nichts machen? Ihr bleibt jetzt einfach so stehen. Ich habe die Selbstständigkeit wieder angemacht. Ich bringe euch mal hier hoch. Du kannst ja hier hingehen. Auch. Wie weit bist du mit deiner Bewegungsfähigkeit? Num, 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 num. Ja, mein Schatz. Oh, das ist zu mögen. Magst du zerdrückte Avocado? Sehr gut. Oh, ist das entspannend. Ach so, in dem harten Arbeitstag. Aber zumindest wurde ich befördert. Fünfter Gartenfähigkeit. Ja, da brauchen wir uns gar nicht, äh, ähm. Sorgen, so machen sie, ist schon bei Level 10. Ich mache mal in den Garten, ob wir was abernten können, müssen, wollen tun. Oh je, die muss ich definitiv in den Garten kümmern. So, erstmal hier Garten pflegen. Das entspannt, sie macht ja auch Spaß. Oh, du hast ja ganz nicht Sauerei gemacht. Ja, hier nochmal. Ein Flugzeug mit Avocado Airline. So, ja, und rum. Ja, no. Ja, das liebst du, mein Schatz. Dann geben wir dir noch was zu essen. Dann bist du, ähm, wir können ja Fingerfood geben. Ähm, Joghurt Drops. Dann machen wir Bananenscheiben. Schau mal, ich habe was für dich. Habe ich leckere Bananenscheiben? Nein, ich den da umlutschen. In dem Glück ist es sich nicht sicher, was Bananenscheiben angeht. Vielleicht muss dieses Essen noch weiter erforscht werden. Nium, 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 nium. Abfassend geschehen. Yay. Er hat einen Meilenstern bekommen. Erst ist Fingerfood freigeschalten. Nein. Ist auf Klo gehen, ist aus Prioritäten setzen. Wenn deine Blase schon voll ist, wirst du sie lernen. Es macht mir Spaß, es macht mir Spaß, mich um den Garten zu kümmern. Tra la 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 la. Telefon öffnen. Dann öffnen wir das Telefon. Haben wir geschafft. Eins zum Einladen abzuhängen. Na, dann tun wir das doch mal. Sozial. Das können wir auch hier machen. Oder müssen wir das... Ich mache es lieber hier. Ähm, sozial. Äh, dann mit... Einladen auf aktuellen Grundstück abzuhängen. Dann laden wir doch mal Leon ein. Da können wir ein Telefon... Äh, ein Foto mit dem Telefon machen. Und Pizza bestellen. Ja, damit bestellen wir auch mal eine Pizza. Gibt es da eigentlich auch die... Wenn man das... Ich habe hier das Accessoire-Pack. Irgendwas mit kochen. Ähm, kommen wir da noch mehr Auswärts für Pizza? Ja, komm mal rüber. Ich bestelle Pizza. So. Nein. So, jetzt bestellen wir Pizza. Hm. Wo kann man die denn bestellen? Äh, Restaurant kaufen? Nein, vielleicht müssen wir irgendwann Mietwohnungen kaufen oder so. Restaurant, wo gibt es denn das? Ähm. Bestellung aufgeben. Ah, Pizza-Service. Es gibt... Gut, ich habe hier noch nie Pizza bestellt, also weiß ich nicht, ob das... Ähm. Äh. Für Vegetarier... Das nicht, das nicht, das nicht. Vegetarier, dann bestellen wir Zuckermais-Pizza. Ich habe hier noch nie Pizza bestellt. Jetzt habe ich mich geoutet. Hallo, ich würde gerne eine Zuckermais-Pizza bestellen. Por pronto. Das kann man wie die Straße heißt. Nein. Nein. So, und ein Foto mit deinem Telefon machen. Dann lässt du ihn jetzt rein. Er hat sich schon wieder vollgekackt. Sehr schön. Das müssen sie dringend reduzieren. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das häufig passiert. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, das ist häufig passiert. So, Moment. Kann man ihn reinlassen? Rein bitten? Äh. Smalltalk. Für Emilian geben. Keine Ahnung. Du bist überdacht. So, ihr könnt es euch ja hier drin unterhalten. Ich habe Pizza bestellt. Zuckermais-Pizza. Ja, voll cool. Und das ist dein neues Haus. Ich habe es ganz schön leicht gefunden. Ich habe drei Kinder. Wie viel hast du? Ich habe ein gemeinsames Kind mit meiner neuen Frau. Aber warum was geschieht? Wart. Okay. Das ist Janik Schwarz. Zuckermais-Pizza. Von Hager. Pizza nehmen. Oh, ich muss jetzt die Pizza noch annehmen. Oh je, Dominik. Hast du dich eingekackt? Nett, dass er den Müll rausbringt. Oh je, aber es wird immer größer. Können wir noch was machen? Zum Maxen motivieren. Ja, ja, ja. Sorry, Pizza. Ich muss dich baden, du stinkst, ja. Oh, was macht denn der? Zuschauen. Und er hat sich schlafen gelegt. War das... Ist das dein Bett? Ja. Gut. Ich muss jetzt leider die Folge beenden. So sieht die Pizza aus. Die essen jetzt... Ganz schön platt gedrückt. So, also, äh, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht so böse wie er, weil die Folge zu Ende ist. Aber, naja, alles hat dann nur die Wurste. Zwei, was? Auf jeden Fall würde ich sagen, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Solltet ihr keine Folge mehr verpassen möchten, muss ich zugeben, sehr zuverlässig bin ich nicht. Deshalb könntet ihr vielleicht abonnieren drücken, dann werdet ihr darüber benachrichtigt, ähm, wenn eine neue Folge kommt. Und natürlich das nächste Mal wieder einschauen wir mal in der neuen Folge von The Sims 4. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie findet ihr das, ähm, die neue Erweiterungspack, das, ähm, wann kommt denn das raus? Nächste Woche, äh, nächsten Monat. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und, äh, zu vermieten. Dies ist wieder zu vermieten.